...meister von Berlin, Klaus Burrath. Ja, Berlin, Berlin, die Stadt der Touristen, die Stadt der Besucher, der Magnet in Europa, das heißt natürlich auch der Datenboom, wird durch Berlin kommen, denn die Besucher schauen sich letztendlich die Stadt an, sie nutzen unsere Smartphones zur Navigation, das heißt, schnelle, sichere und hochbandbreitige Datenverbindungen sind ganz wichtig. Vielleicht, Jens Schulte-Bockung, ein paar Worte, was passiert mit LTE in Berlin, bevor wir dann zu den benutzerfreundlichen Geräten kommen, die der Regierende immer gerne hat. Ja, also LTE ist ja unser Datenturbo für die Zukunft. Wir haben gestern angekündigt, dass wir so schnell wie möglich mit dieser neuen Technologie auf bundesweite Flächendeckung gehen wollen. Regulatologisch waren wir zu offen vor, uns zunächst die weißen Flächen auszubauen. Das haben wir jetzt fast überall geschafft. Interessanterweise bedeutet das auch, dass also die Abdeckung in Berlin eher von den Abbeleichen herkommt, aber wir schreckten jetzt natürlich auf die globalen Zentralungen und da ist Berlin ganz vorne auf der Liste. Hier sind also einige unserer Endgeräte versehen und ich glaube, was wichtig ist, wir haben ja gestern hier in Ihrer Rede betont, wenn die Bedienung dann einfach ist, dann ist das auch ganz nett. Unsere letzte Gerätegeneration, die zeigt also hier beispielsweise die Signalstärke an. Nicht ganz unwichtig, wenn man ein über Radiotechnik betriebenes Gerät hat, da kann man das im Haus auch da ausrichten, beispielsweise näher am Fenster, wo die Feldstärke am höchsten ist. Das ist jetzt also eine Innovation und Sie sehen eben hier Geräte, die klein sind, schick sind und die dann eben das Internet auch ins Haus bringen. Aber natürlich, die LTE-Technologie steht auch für das mobile Internet mit den entsprechenden Endgeräten. Hier sind Beispiele, Sie können mobile Endgeräte mitnehmen und dann auch zwischen Datscha und Ostseestrand im mobilen Internet-Einsatz bleiben, haben also Ihr DSL2GO sozusagen mit dabei. Ich wollte Sie auch noch ein bisschen um natürlich Unterstützung bitten, weil wir ja, um unsere Bahnstationen anzubauen, sehr viel Richtfunktherapie einsetzen. Ich habe da mal von unseren technischen Kollegen ein Bild bekommen, wie das in Berlin aussieht. Also Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Richtfunktherapie hier schon ist. Wir arbeiten da sehr stark mit der Bundesnetzagentur zusammen, und jede Hilfe, das zu beschleunigen, wäre toll, denn je schneller wir die Richtfunkanwendung genehmigt bekommen für die Standorte, desto schneller können unsere Kunden und eben auch die Berliner davon profitieren. Ja, wenn Sie Fragen haben, hier ist also auch noch ein Fachkollege, der Herr Hoffmann, der dann auch viel auskunftsfähiger ist, als ich das sein kann. Aber das ist natürlich für uns ein ganz großes Thema, Kundenerlebnis, Welt.de, Datengeschwindigkeiten, die Sie bundesweit dann in zwei bis drei Jahren erleben können, egal wo man ist, mindestens ein Megabix-Snelligkeit und üblicherweise fünf bis zehn, also das, was man realistisch erwarten kann, sehr vergleichbar mit dem, was der DSL-Anschluss zu Hause hat. Wie bürgt Sie das auf den Preis aus? Wie bürgt Sie das auf den Preis für die Kunden aus? Also wir sind mit sehr, ich glaube, spitz pro Preis angeboten draußen. Wir haben Sonderaktionen jetzt auch laufen, also Sie brauchen beispielsweise LTE als Festnetzprodukt auch schon mit Voice-Telefonieren reingedüttelt, also mit einem kompletten Festpaket, ich glaube, über 35 Euro sind wir da, um 34,95 Euro. Und im mobilen Einsatz kostet im Moment LTE auf unsere normalen Tarife Zuschlag von zehn Euro. Wir werden aber da auch mit einer Sonderaktion jetzt starten. Und zwar bieten wir von dem Hintergrund, dass wir noch im Ausbau sind und unseren Kunden das Inceptive an. Sie können ein Jahr, auch mit Züge sicher, Datenmengen, mobiles LTE ausprobieren, zahlen dafür einmalig 49 Euro und erst nach einem Jahr gehen Sie dann also in den Regeltarif über. Können das auch mal bestellen, wenn es Ihnen da nicht gefallen sollte. Da geht man natürlich von aus, dass man nach einem Jahr dann wirklich überzeugt ist. Also ein Einsteigerangebot, ganz neu hier auch für unsere Fachhändler, bereitgestellt auf der IFA. Es ist natürlich wichtig, dass man hier einen schönen kommerziellen Aufschlag hat, denn für uns ist das natürlich auch eine Wall-Race. Jetzt habe ich noch einen kleinen Anschlag vor. Wir haben nämlich eine Demo-Installation, wo wir anhand, in so einer Fotobox da drüben, anhand der Luftgeschwindigkeit mal demonstrieren, was das heißt, wenn man LTE ausgesetzt wird. Das gibt schöne Fotos, das machen wir jetzt mal. So, ich habe schon lassen Sie erklären, was passiert. Hallo. Und dann? Und dann? Können wir die Brille einmal sehen? Dann ist mal nicht mehr zurückgegangen. Die nehmt ihr. Die nehmt ihr. Das ist doch was der eigentliche. Wir sehen die Brille gar nicht. Ja, die Brille ist ja immer sehr schön. Das ist jetzt vorher, ja? Ja, ist vorher. Ja, das wäre auch schöner. Also das steigert sich jetzt. Wir fangen jetzt erstmal ganz harmlos mit ESM, also mit unseren ALP jetzt an. Achtung, der ESM läuft. Ein leichter Luftzug. Jetzt geht es schon dran. Jetzt. Herr Bumperlein, was sagen Sie? Ich bin fast weggeweht worden. So schnell ist das, ja? Aber jetzt besteht natürlich bei mir die Befürchtung, dass die Daten nicht mehr zu lesen sind, weil die so schnell wieder verschwunden sind. Sie müssen sie natürlich auf Vodafone-Endgeräten aufnehmen, dann klappt das schon. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier mit uns gemacht haben. Sie sehen auch jetzt deutlich noch mal besser frisiert aus. Und ich würde sagen, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim weiteren Umgang. Ja, ich hoffe, dass wir in das Problem bis dahin spielen. Ja, ja. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim nächsten Mal. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim nächsten Mal. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim nächsten Mal.